...Kampf 1985, als sie Deutschland geschlagen haben und da haben sie mit Chobus Beckert. Da reden wir nicht mehr von damals, Michael. Ich komme jetzt zu dem Wettbewerb. Hochbespannter, der hat seinen zunächst wirklich deutschen Fans. Zurechtliche Hoffnung auf einen neuen deutschen Sieger machen, Tommy Haas. Der sich unglaublich hochgefallen hat, ein tolles Service der Himmel hat. Was erwartest du von seinem Auftritt hier im Urlaub? Ich komme jetzt sehr, toll auf den Hinlegern, da war ich gerade im Hauptbild ein bisschen mit dem Szenario knapp anzuschauen, um es zu gewinnen. Die ist ja, die da ist eine der Favoriten an, das ist schon eine ganz andere Aufbau-Fituation. Dadurch ist heute noch jeder bei der Partition vorgenommen, wird das selbst natürlich nicht breit der Termin, das heißt, die Gegner sind einfach stärker. Aber wenn man die meisten an den Rettung trifft, dann wird sich natürlich jeder ganz gerade kommt und von mir aus darf man auch gerne gewinnen. Und da ist jetzt eigentlich einfach 이거 tatsächlich nicht extrem. Und da ist jetzt schon recht. Und da ist ¡Let's drumstehen! Und da ist jetzt amal. Bo tamte. Bo tamte. Bo tamte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017